willkommen zurück malzeit wieder schnee renner schlammschlag ja passend dazu regnet es auch gerade also die werden schön aufgeweicht sein down drink and drive immer daran denken ja verstehen wir ja ja eben immer zwischen dem fahren trinken so aufnahmen läuft definitiv das passt vom ton her sowas haben wir eigentlich verschiedene missionen aber du guckst nach der mission ich muss mal gucken ob das hier auch ruckelt sattel hoch erforderlich das hört sich doch gut an bausattel anhänger liefern schwammend island schwammend island gucken bausattel anhänger ach so das ist unten am hafen na gut dann fahre ich mal runter zum hafen und hole den mal weil dafür brauchen wir die sattel hoch dann knallen wir hier einfach durch die karte durch so muss ich da da hinbringen wieder außenrum fahren oder hier ja wir waren hier durchs wasserloch gar kein problem also machst du wie heißt die die du machst so ich vielleicht mal da ist ein diesel weg mit den alten kannst du die man auch aktivieren weil du bist host perfekt das kann sich auch verfolgen so da will ich hinfahren dann fahren wir hier machst du jetzt den bausattel anhänger oder was weil ich die sattel hoch dafür habe ja dann würde ich die stahl träger holen ja kann ich die übrigens auch mitbringen da fahren wir erstmal da so lang weil ich habe halt auch eine kurze britsche und vier stahlträger ja ja aber sonst kann ich hier oben an der werkstatt stehen bleiben weil wenn du das auch machen willst dann ist es du kannst den ölbohrer na gut ölbohrer kannst du aus der logistik zentrum rüberbringen aber kriege ich den auf meine britsche jetzt ist ja dein problem nicht mehr meins ja und dann kannst du auch die stahl träger machen ist ich habe es verstanden während ich mich hier wieder ja ich mache wieder die grauenvolle mission ist es in ordnung logistik zentrum da wo ich auch hinfahre kannst du eigentlich folgen fährst du auf die andere karte oder was ja muss ich ja weil ich muss zum hafen also fährst du trompet island ja okay ich habe schon mal zwei schaden das ging schnell so ne 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 guuend stream beziehungsweise ich sehe es auch in deiner kamera das ist aber lustig ich sehe mich wie es ist jetzt auf einmal mit flagship zu fahren was für eine prediction was ja das kann er das kann er nur noch der noob weil mehr moderater als moderator wenn du teilnimmst kannst du es nicht kannst du vielleicht ein mikrofon ein bisschen näher zu dir holen oder du gehst näher zum mikrofon das geht natürlich auch ja weil du nämlich mein motor sondern nicht untergehst aber ich kann notfalls auch das spiel ein ticken leiser machen jetzt passt es wieder der motor ist halt sonst zu laut aber das kann ich ja mit meinem schieberegler ganz entspannt regeln ja wenn du mal groß bist ne ich gebe ich hatte black lady wieder ein tipp wobei ich glaube dass es außerhalb des budgets aber es ist cool ich bin übrigens schon bei fast 100 schaden unterwegs bin zwischen zwei steinen lang gefahren und ich habe zu viele reifen wir haben mal kurz hier da und dort und hoff und wederung und war hinten durchs wasserloch weil ich habe keinen bock den berg da hoch zu fahren und ich überlege noch ob ich mir den bausattel anhänger dann auch da wieder zurück fahre um zum bohrplatz zu kommen oder ich fall komplett ja wie viel da war einmal 45 und einmal 15 oder so da bin ich immer noch könig wahrscheinlich hätten wir die prediction machen müssen ja wie lange willst du das geht dann drei stunden noch so ist es wenigstens vielleicht passen wir auch gar nicht um muss quasi challenge machen weil mit schadenskönig das kann man halt irgendwo auch selber beeinflussen da muss einmal vernünftig fahren ja eigentlich gar keine schlechte idee ja und dann drückst du alte 4 dann müssen wir es wieder als unentschieden gelten ja super sicher du hast jetzt mal schadenskönig es war knapp 120 haben gekriegt ja du keine ahnung gewöhnt sich so unfassbar schnell daran ich weiß halt nur dass ich keine pixel zählen kann weil es halt einfach zu hoch aufgelöst ist im verhältnis gesehen 2 von 3 briefkästen konnte ich nur weghuben ja sonst klappt es immer mit rein aber weil die briefkästen der mich auch schon umgeworfen deswegen hube ich die einfach weg ich habe auch diesmal den stärkeren motor genommen weil wegen weil naja es ist letztes mal das mit dem schwächeren motor ich will halt ja auch hier durchkommen und nicht immer wieder den ersten gang runterfallen nee ich habe das offroad getriebe genommen auch ich lerne vielleicht noch was dazu das ist eigentlich heute schönes dann die dort seite frei ach verdammt ich war nicht dabei gehst du fremd zu fremd gestern ja ich hab's gesehen aber auf einmal wird dabei bist du moment mal die stimme kennst du irgendwo halt stopp ich war auch erschrocken da könnte einfach den kanal joinen ja weil er nur mit waffe ist das müssen wir degradieren zu nur ohne waffe hast du gesagt will man machen ist okay weil ich will die sollte nicht immer reinziehen müssen muss man raus tappen für sowas nein black lady machst nicht du darfst uns nicht alleine lassen deswegen hast du nur ein zimmer bekommen ach ich erinnere mich wo wir das letzte mal stehen geblieben sind mir ist glaube ich zu erster sprit ausgegangen dann musst du uns irgendwie noch zur tankstelle ziehen und dann bis auf der brücke ausgerollt und ich habe dich angepufft weil du gesagt hast ich habe keinen sprit mehr aber ich habe einen schönen wackeldackel in meiner kabine sitzen ja da funktioniert bei mir leider nicht er ist einfach stocksteif ja schön für dich bei mir nicht es funktioniert anscheinend nur beim host wackeldackel black lady ein wackeldackel figur damit im kopf um so bei mir stock steil was habe ich nicht gesagt ist eine lüge oh black lady sollte aktiv ich geh krachen stern 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 ch redest du was von der schweiz oder was willst du gerade black lady ich verstehe das gerade nicht ganz so ist bestimmt so irgendwie so ein schimpfwort ich habe das auch noch nicht verstanden na ja stern 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 ch mir fällt nur ach ein aber da sind so viele sterne dazwischen oh ja zwischen dem fahren vielleicht hatte ich gerade 250 schaden gekriegt untersteuernd in die leitplanke rein also hier gibt es gar keine stallträger das ist mein problem die einzigsten stallträger die hier sind die liegen hier irgendwo rum da bin ich auch an einem dran vorbeigefahren vor dem bohrplatz vielleicht nimmst kannst du auch die nehmen für den bohrplatz zum bohrplatz da müssen doch eigentlich auch stallträger auf dem anhänger sein oder waren das nur holzplanken warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal warte abstellen sag mal wo bist denn du äh recht statt öffnen wo bist du karteneingang ja wo was was machst du in twarment island hier bist du komplett falsch war zurück in die talsperre und da gibt es dieses logistik center lagerhaus da gibt es auch stallträger nein gab es nicht doch guck hier stream guckst du stream da steht stahlträger aber warum hat er die warum markiert er die nicht weil die noch gesperrt ist weil ich erst den bohrzatel anhänger abgeben muss ja das ist auch so dämlich ist das pfff nö doch ne du hättest ja auch den bohrzatel anhänger schon holen gehen können wann denn ja weiß ich nicht fahr halt einen schritt schneller übrigens hab keine federung mehr es kann nichts mehr kaputt gehen dem hab ich diese kupplung gar nicht drauf du hast die ja gemacht und ich bin doch nicht böse dass ich das scheiß Ding diesmal nicht fahren muss ich könnte sie über steine fallen krieg keinen schaden mehr weil kaputt ja ja aber da kriege ich nicht mehr schaden also ja weil die fehler müssen halt drinnen bleiben weil die können schlecht rausfallen so da ist dieser reden wir nicht drüber ne oh Mist ich kann nur einmal einen Stallträger mitnehmen kannst du nicht ach ne du kannst nur drei drauf packen ne ja ich muss ja eh dran vorbei soll ich noch welche mitnehmen kannst du einmal kann ich mitnehmen ja genau ja da könnte ich ja theoretisch hier warten bist du bist du kannst doch schon mal aber ein Tanklaster mit hinbringen weil ich muss auf jeden Fall tanken die kann ich ja hier oben am Anhänger schon ja genau